Frische Luft ist wichtig, damit wir wach, konzentriert und gesund bleiben. Deshalb gilt in Innenräumen richtig lüften. Aber was heißt richtig lüften? Die Antwort auf diese Frage gibt das Wuppertaler Unternehmen Wiesemann & Theis mit dem TimeAir. Hier entwickeln wir unsere Produkte, von der ersten Idee bis zum Layout der Leiterplatte. Wir programmieren selbst und bestücken die Leiterplatten auch im Hause. Die fachgerechte Montage des Endproduktes folgt und der TimeAir ist dann fast schon auf dem Weg zum Kunden. Mit höchster Qualität. Made in Germany. Der TimeAir verbindet die beiden Kernaspekte Luftqualität und Zeit. Er misst den CO2-Gehalt der Raumluft und meldet, wenn es Zeit ist, frische Luft hereinzulassen. Der große Vorteil gegenüber normalen CO2-Ampeln ist, dass der TimeAir aber nicht nur den aktuellen Messwert anzeigt, sondern zudem die verbleibende Zeit berechnet, bis ein einstellbarer Grenzwert erreicht wird. Dadurch wird das Lüften plan- und vorhersehbar, zum Beispiel im Schulunterricht oder bei Veranstaltungen, aber auch in Büro- und Wohnräumen. TimeAir – einfach richtig lüften.